Hey, da ist noch irgendwas Tolles. Und zwar eine Wasser... Oh, oh, jetzt muss ich aber langsam mal ein bisschen gucken hier. Was habe ich? Schmerzmittel! Yep, was habe ich hier? Würde das machen, das machen... Und das. Mensch, so langsam kommen wir ja doch so in ein bisschen Stuff. Von da kamen wir. Ah, das heißt, ich bin da schon vorbeigelaufen dran. Uiuiui. So, ist da noch irgendwie was? Kennt ihr das, wenn man dann versucht, am Bildschirm vorbeizugucken, um mehr zu sehen? Einladend! Looters will be shot! Hey, ich habe auch eine Pistole! Uh! We've got a badass over here! Ähm... Ich würde jetzt eigentlich da hoch. Komm ich da hoch nicht irgendwie? Na komm, spring da jetzt mal hoch da. Äh, wo soll ich denn lang? Ah, wahrscheinlich... Hä? Ah! Ah, geht doch! So, einmal kurz ausruhen. Uch! Das... War schon ziemlich cool. Das habe ich nicht... Ich glaube, es lohnt sich manchmal, einfach mal ein bisschen die Leertaste hin und her zu drücken, um zu gucken, ob man irgendwo noch hochkommt. Weil die hier so echt so ein paar Sachen anscheinend echt gut versteckt haben. Oh mein Gott, ein großer Abhang. Pfff! Ich glaube nicht, dass die uns freundlich gesonnen sind. Ich kann hier gerade irgendwie aber auch nicht so nachgucken. Oh! Das Feuer... Aber mehr sieht man auch nicht. Mensch! Ich habe keine Munition! Oh! Okay, der hat eine Pistole. Und der andere? Was hat der? Das kann ich nicht sehen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen absch... Ah! Hi! Bleib steh! Baller! Der hat mich... Bin ich... Ich glaube... Mann! Letzten Kon... So... So... Pfff! Ja. Toll. Ha! 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 Ich würde... Wünschte, ich könnte jetzt irgendwie ablenken... Oder irgendwie... Oh! Mann! Ich... Hm... Ich will da gar nicht so... Rein jetzt. Weil... Die waren echt ein bisschen kacke. Die Jungs. Vielleicht könnte ich mich... Ah! Ich glaube, ich habe eine Idee vielleicht. Oh! Hi! Okay. Hier! Komm! So, ich habe eine Patrone. Oh! Hau zu da! Nein, 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 nein! Und den auch noch! Den auch noch! Komm! Komm, komm, komm! Nein! Nein! Du! Lass dir Haare wachsen, Junge! Mann, bist du kacke! Okay, ich verliere gerade alle meine Wiederholung. Nein, ich reg mich auch nicht auf. Ich bin die Ruhe selbst. Du Arschloch! Toll! Tolle Nummer. Aber ich glaube, die Idee war nun für sich so gar nicht schlecht. Hi! Ja, du! Everything you see belongs to us. All your base are belong to us. So, zack! Look at you! That will be the last thing you do! Ich sterbe die ganze Zeit! Das gibt's doch nicht! Kacke! Ich befürchte, das wird der letzte Versuch sein. Ich frage mich, wie... Habe ich nicht noch irgendwas hierfür... Natürlich habe ich nichts mit Gesundheit. Das wäre natürlich wieder was anderes. So, okay. Zack. We don't like being surprised by him. Out of town guests. Ja, ja, ja. Whatever you want. We're about to get medieval on your ass. Whoa, guys, take it easy. So, der stirbt jetzt erstmal. Na, der hat mich... Mit einem Headwitz zu mich... Nein! Okay. An dieser Stelle werde ich denn wohl eine kleine Aufnahmepause machen. Ich sag für mein erstes Mal... Ich schau mir das gleich erstmal an. Ähm... Während wir in dieses wunderschöne... Brechnasengesicht schauen... Ähm... Werde ich gerne euch nochmal den Aufruf geben. Gebt mir bitte Kritik, was das betrifft. Was diese Folgen betrifft. Ich mach das das erste Mal mit den Let's Plays. Ich wollte das einfach für mich mal ausprobieren. Gebt mir gerne Kritik. Konstruktiv sagt, was euch gefallen hat. Was euch nicht gefallen hat. Damit ich letztendlich weiß, wie ich das für mich besser machen kann. Damit es euch auch mehr Spaß macht, zuzuschauen. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Wünsche euch noch viel Spaß. Danke fürs Zusehen und... Bis zum nächsten Mal! Der hat mich gekillt! So, herzlich willkommen zurück zu I Am Alive Let's Play von mir. Heute zweite Aufnahmesession. Ich konnte es eigentlich schon kaum erwarten, jetzt endlich mal wieder weiter zu zocken. Nur die Sache ist, ich musste erst mal aufgrund meiner kleinen Festplatte erst mal dafür sorgen, die ganzen Sachen zu rendern, die ganzen Folgen zu rendern, fertig zu machen, zu schneiden, hochzuladen. Damit ich wieder ein bisschen mehr Speicherplatz habe. Und jetzt kann es auch weiter gehen. Jetzt weiß ich aber im Groben, wie es hier funktioniert. Dementsprechend werde ich auch nicht vergessen, dass hier unten... Blopp, komm her, dankeschön. Noch was lag? Genauso wie an dem Ding, wo ich gerade schon wieder dran vorbeigelaufen bin. Oh! So, komm her. Danke. So, aber ich hoffe, dass ich diesmal nicht verkacken werde. Wie gesagt, Looters will be shot. Immer noch... Ups. Oh, da war was, da war was. B-b-b-b-b-b-b-b. Das war mal wieder mehr Glück, als er stand. Aber, hey, komm schon. Coole Nummer. Coolio. Ja. Es gibt mehrere Beispiele an dieser schicken Stelle jetzt. Also entweder, ich denke, man kann irgendwo auch Glück haben mit dem, wie die sich so hinstellen. Andererseits kann man auch absolut verkacken. Zweiteres habe ich gerade im vorherigen Part, denke ich mal, gut darstellen können. Ich gebe auch zu, ich habe eben gerade schon mal einen Try versucht, aber... Das war ja Try and Error. Das hat also wirklich überhaupt nicht geklappt. Hi! Ähm. Weg. Oh, oh, oh. Wieso? So, mit ganz viel Glück schaffe ich das diesmal. Komm her. Komm her. Ah, ich habe dich doch... Da fuhg! Immer dieser verdammte Kü... Oh, oh, oh. Ja, bitte, nochmal. Ja, wieder eine Wiederholung weg, aber immerhin habe ich die wiederbekommen. Ja, ich habe das eben gerade halt, wie gerade gesagt, schon mal versucht vorhin. Oder eben gerade besser gesagt, aber... Da bin ich auch wieder komplett gestorben. Und ich will euch eigentlich jedes Mal dieses ewige Hergerenne ersparen. Und auch diese 30, 40 Versuche, die ich hier an den Tag lege. Ich vermache das jetzt einfach so lange, bis es endlich mal klappt. Oh, na jetzt! Und erschossen. Tolle Nummer! Was macht er da? Schattenboxen? Oh, Mensch! Mensch! Ich gehe durch! Vor allem das eine Mal hätte ich es fast geschafft. Da ist der eine Typ irgendwie... Der Glatzkopf gerade nochmal abgehauen einfach. Ich habe seine Kollegen hier... Ne? Die haben mich angepöbelt, ne? Kennt man. Aber irgendwie... War das... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh... Ähm... Da fug? Was war... Was mache ich? Äh... Ähm... Seht in die Augen eines Killers! Trolololololololo! Da fug? Was war das denn jetzt für eine Nummer? Ich meine... Ich bin... Ziemlich epic aus der ganzen Nummer jetzt rausgekommen, aber... Irgendwie... Ähm... Ich weiß gerade auch nicht so recht, was ich sagen soll. Aber es ist... Ziemlich cool. Oh, oh! Eine neue Art von Tür! So, mal reinig da... Ach... Verdammt! Ähm... Ja, ich dachte eigentlich... Ich... Dass ich da nicht ganz so glimpflich von wegkomme, aber... Coolio! Das war... Nett! Ne! Ja, gut! Dann würde ich sagen, einfach... Sammle ich mir einfach mal ein... Was da hinten gerade so rumfliegt. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was anderes? Da oben drauf oder so? Hier vielleicht irgendwie... Selbst wenn, da würde ich gar nicht rüberkommen, oder? Könnte ich da rüberhüpfen? Ne, so weit komme ich nicht, oder? Na, probier mal! Ne, wird nix. Ja! Ja, ähm... Wie gesagt, ich bin gerade immer noch ein bisschen verwirrt, aber... Ah, wir... Oh... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Cool! Also... Das... Everything went better than expected. Coolio. Ähm... Na, scheiße, schon wieder... No, vier! Ähm... Fuck! Fuck! So... Ah, komm! Hab ihn! So, stopp! Weg! Hallo? Fall mal um! Nee! Was war das denn für eine Nummer? Der hat sich die Knarre... Knarre... Uh... 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 Super cool! Der hat sich die Knarre geschnappt und hat mich erschossen! Na gut, es gibt andere Dinge, worüber man sich freuen kann, aber... Uh... Super cool! Endlich mal intelligente Typen! Das ist ja mal mächtig! Ja, ähm... Uh... Das ist ja gerade richtig epic! Ich kann unendlich... Oh... Mega! Ich glaube, die Idee eben gerade war schon gar nicht schlecht! Ich glaube, ich habe das schon gerade gar nicht mal so schlecht gemacht! Ja... Na... Okay, das hat jetzt leider nicht so gut geklappt! Naja... Aber... Geile Nummer! Also, das ist wieder... Also, ich muss sagen, ich bin von diesem Spiel total begeistert! Es sieht super aus! Es sind echt tolle Effekte! Und ein super düsteres... Düsteres Flair! Und... Intelligente NPCs! Also... Weiß ich nicht! Was will man da noch großartig mehr? Also, mir macht es auf jeden Fall super Spaß, das Spiel zu spielen! Ähm... Oh... Warte! Immer konzentrieren! Mein Gott! Geht! Stopp! 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 Meine Knarre! Danke! Ha! Geile Nummer! Ähm... Okay... Halt! Bleib still! Alter, Finne! Wo ich mir vorstellen kann, dass das auch besser laufen könnte! Das hätte auch besser laufen können jetzt! Weiß ich nicht! Soll ich mich nochmal umbringen und das nochmal versuchen? Äh... Ich... Weiß ja nicht! Oh! Ähm... Bitte was? Soll ich mich mal um... Das wäre irgendwie... Näää... Näää... Nääää... Nääää... Näh... Näh, näh, näh... Ich mache ganz normal weiter einfach! Bisschen doof gelaufen, aber Ähm Cool Also irgendwie Habe ich noch mehr für Gesundheit? Ein bisschen Arsch ist das schon Vor allen Dingen, es nervt mich jetzt mit diesen Verdammten roten Krams hier Oh, das lief gerade Ziemlich awesome Oh, 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 da geht das weiter Ich denke immer, ich verpasse hier noch irgendwas Ich weiß nicht, konnte ich da hinten nicht irgendwie auch runterkriechen Jetzt, oder Ich gehe da noch mal hin Ich will noch mal gucken Ähm Noch eins Ja, cool Also Das habe ich noch überhaupt nicht mal gesehen Das war Ziemlich geil Nee, schade Oh, komme ich da irgendwie lang? Ich weiß nicht, da unten ist Ist da ein Eingang oder ein Ausgang? Was ist denn das? Da rechts an der Seite, meine ich Nee, ich glaube nicht Nee, nee So, gut Ich will mich gar nicht so lange jetzt hier aufhalten Mich würde auch mal interessieren, was passieren würde Würde ich einfach Mich nicht wehren Und einfach mal gucken, was die machen Hauen die mir direkt dann über die Rübe Ziehen die mir in der Machete durchs Gesicht Fahren irgendwelche komischen Roller hinter mir vorbei Gott Weiß nicht, ob ihr das gehört habt gerade Aber es war gerade ziemlich penetrant Grauenvoll So Mal gucken, wie es weitergeht Oh Wieder so ein Gelöt öffnen Nee Halt, halt, halt So, wer ist der Boss? Bist du das? Halt, halt, halt Oh, was ist? Warum hat die Maus erzogen? Hör auf! Arschloch Na Toll So, stopp, halt Halt Hey Du bist der Art, der tut Bestimmt So Gib dich Gib auf Ja Pack ich hin, komm Junge, hau ab Was mit dir? So Die wachen glaube ich mit Kopfschmerzen ordentlich auf Aber Zumindest leben die noch Sag danke Ich glaube es ja nicht Von da oben kam ich jetzt Oder von da kam ich Sag mal, kriege ich jetzt hier Sind die hier alle voll? Sind die hier alle besoffen? Oder was soll das hier? Mein Gott Na komm hier, wieder 30 Leute Oder was? Das sieht ja irgendwie schon Wieder so aus Als wir hier gleich wieder Action Leute Nie Da ist irgendwas Ein Kletterhaken Wahnsinn Ich habe auch echt nichts mit Gesundheit mehr dabei Ja Coolio Coolio Kann ich da hochfahren mit? Was ist hier? Kommt schon Irgendwas mit HP Ich brauche HP Oder eine Rendersequenz Die ist auch gut Sehe ich das richtig Dass ich den ganzen Weg gleich Eigentlich nochmal zurück muss? Wie? Hatte ich nicht Noch mehr Wiederholung? Ach Nee War ich ja Oh Da fug Oh Was ist das denn? Okay Ich soll den Mit zwei Kanistern befüllen Damit ich den benutzen kann Ich weiß nicht Ob der eine von vorhin dazu zählt Aber den habe ich ja eigentlich schon Vergossen Wo komme ich da durch? Ja witzig Wo soll ich denn jetzt Ja